Guten Morgen, also Leute, bevor ich mit meiner kurzen heute feiere, liebe Grüße an das Geburtstagskind heute, an die Kleine, mein Stern, bald wartet eine Lebensfreude, noch eine kleine Trace, eine jetzt mitnehmen, wir machen heute ein bisschen Isometrik, das heißt, wir halten in zwei Lack und Drückbewegung in den Udderhaken, so ein Tischchen, mittel her bei euch, kniet oder setzt euch davor und dann den Oberarmen aufgelegt und drückt euch quasi jetzt mit den Oberarmen ab. Ich hoffe, ihr seht das, wie hier so eine Spannung reinkommt und dann haltet ihr das so lange, wie ihr könnt. Die meisten haben ja, wir haben ja noch Druck ein bisschen auf dem unteren Rücken, also schön halten. Das ganze kombinieren wir mit Liegestützen, entweder wie immer die Damenversion oder die normale, das heißt, die geht hier runter und haltet, soweit ihr könnt, über den Boden den Liegestütz, also so eng wie möglich unten halten, die Geschichten. Ihr könnt auch ein bisschen rein mitten oder nach vorne gehen, gucken, wie es am besten passt. Oder die Mädels halt mit Knien auf den Boden und das Ganze so lange, wie ihr könnt. Ich denke mal so, wir können zwischen jeder Übung 30 bis 60 Sekunden pausieren und gucken, dass ihr 10 bis 20 Durchgänge schafft. Viel Spaß, ciao! Ciao!